Ich bin der Sio von der Belle Food Group und mein Anfang war die Turnenmetzgerei Jänzer, wo ich immer wieder gerne zurückkomme, wegen meinem Lehrmeister, weil ich entscheidend war für meine Karriere. Ich glaube, es ist matchentscheidend, der, der Lernende hat, also eingeht auf die Jungen. Umso mehr heute, wenn die Jungen anders angesprochen werden als früher. Und wenn man das versteht, sage ich jetzt einmal, dann hat man schon einen grossen Bonus. Es ist wichtig für die Jungen, die Chance zu packen. Es ist ein toller Beruf. Ein Potenzial. Ich hatte zumindest das Glück, etwas draus zu machen, andere auch. Auch eine Privatnetzgerei feiern ist eine tolle Geschichte. Es geht um Lebensmittel. Es sind Mittel zum Leben. Es ist eine sinnvolle Tätigkeit, ein wunderbarer Job. Und ich kann mich nur motivieren, Lernnetzger zu machen.